Hm, gegen die Affen habe ich eigentlich keine Lust, aber... Was soll's? Das ist eine doofe Frage. Oh! Seine mystische Arte. Wir haben aber auch nicht die mystische Arte von allen gesehen, ne? Dafür kommt das, glaube ich, viel zu selten vor, dass wir sowas mal echt einsetzen. Und da wir ja eigentlich rein theoretisch immer nur mit Elfen kämpfen, weil er ja ein Elephant ist. Schuppenkristall. Okay. Ich weiß nicht, wir sind hier in eng einer Höhle gepurzelt jetzt. Wo wir sehr hart kämpfen. Ich kenne hier leider mitten in den Scheiße fest. Läppeln tun wir gut. So, jetzt haben wir hier die Kiste. So, mal gucken. Irgendwas Gutes? Steinschwinggewand. Naja. Naja, battle, battle, battle. Steingwindgewand. Naja. Bessere Verteidigung, sag ich nie was zu. Aber jetzt haben wir unsere Runde hier unten gedreht. Wir haben nur noch 6 HP, ne? Ich möchte es nur mal sagen. Aber ich habe das Gefühl, dass wir bald... ...bald da ankommen, wo wir hin sollen. Oder auch nicht. Sehr viele Fragezeichen-Dinge hier. Gehen wir erstmal hier lang. Ich wollte gerade sagen, hier geht es nicht weiter, aber einmal Knick. Einmal Knick. Hemmkristall. Oh, schon ein Vierer. Oh, das ist gut. Das heißt, wir können auf Stufe 4 schon unsere Ausrüstung machen. Wobei ich nicht weiß, was ein Hemmkristall bringt. Habe ich nicht gesagt, es geht ab hier nur noch bergab? Das wirkt nicht so. Huch. Huch. Bin ich hier richtig? Bergkamm. Okay. Was ist da? Das ist eine große Tower da. Erstmal ausrüsten. Kupferstück Barsch. Ja komm, verkauf die Fische mit. Waffeschmieden. Geld haben wir, aber uns fehlen die Gegenstände. Hier können wir das hier machen. Die Schönheit der Natur. Achso, zweiter, achso, zweiter, achso, jetzt sehe ich. Wasserzähmung, dafür brauchen wir... Okay, äh, Echsenflosse brauchen wir da noch, gut. Wo habe ich jetzt das ge... Scheiße. Das war richtig dumm jetzt, kacke. Alles, was besser ist. Den Rest verkaufe ich. Vielleicht brauchen wir es irgendwann nochmal, weiß ich nicht. Warum auch immer da ein Ausrufungszeichen dran ist, weiß ich nicht. Aber es ist sowieso alles nicht besser und wir brauchen eher Geld als andere im Leben. Ich weiß nicht, kann ich die irgendwie nochmal verbessern? Zubehör herstellen. Kampfeslust, Feuerschaden. Was macht denn Kampfeslust? Fertigkeiten, Details. Erhöht den Schaden, den du jedem Gegner auf dem Feld zufügst um 5%. Das ist eigentlich nice. Ganz ehrlich, ja. Fertigen. Das Zauber, äh, das mache ich hier. Schutzring. Oh, das ist auch nicht schlecht. Mehr Seltenheitsfunde. Erdschaden. Physischer Schaden. Das ist eigentlich auch gut, oder? Ich weiß nicht, ob sich sowas hier lohnt, so ein Glücksding. Macht alles nicht besser. Aufwerten. Uh, da müssen wir aber schon ein bisschen gucken, wa? Dass uns der Kram hier nicht langsam ausgeht. Das fängt an, teuer zu werden. Das fängt an, teuer zu werden. Aber Seltenheitsfunde nehme ich eigentlich gerne mit. So. Wir haben einmal Ratten. Aber wir haben doch auch... Okay, scheinbar haben wir das letztens erst gemacht. Wir checken gerade mal unser Equipment, Junge. Junge. So, du bekommst auf jeden Fall das hier. Das ist, glaube ich, richtig gut für dich. Das hier? Nee. Das ist eine Aggression, S. Sorgt dafür, dass die Gegner häufiger selten, äh... Achso. So wollte ich. Sorgt dafür, dass die Gegner häufiger ins Visier nehmen. Was sollte sie denn jetzt haben? Achso, hier oben. Ja. Hier, das da ist da eins. Meine Güte. Du hast den schwarzen Maximale KP. Oder erhöhte Verteidigung hier, ne? Das wäre natürlich auch nicht schlecht. Kriegsangriff. Kriegsangriff. Nee. Reduziert Schaden durch physische Angriffe um 20%. Sei nicht gut. 20% ist viel. Das gebe ich ihr mal. Weil sie ist die Heilerin. Oh, sie hat ja sogar dieses Aggression. Wir haben sie nur nicht drinne. Cool. So. Essen, trinken, rauchen. Besser alles bereit für morgen. Ja. Ohne. Wir reden mit... Ach komm. Ich bin dochalim. Ich bin dochalim. Ich bin dochalim. Ich bin dochalim. Was ist mit Menensea? Was macht dich das? Ich bin dochalim. Du hast gesagt, Kisara zuvor. Nichts? Es ist rüchst, zu hören auf andere, du kennst. Entschuldigung. Ich habe nicht gehört, was ihr zwei eigentlich sprach. Ich habe nur gedacht, dass es Menensea war, seit es die zwei von Ihnen. Ich bin aber ein alten Lord, der sich abandert. Ich bin dochalim. in eine Position zu führen, um den Raum zu führen, in irgendeiner Weise zu führen. Aber Kisara noch immer meine Opinions, wunderschönlich gut, dass dies der Fall ist. Dies, obwohl ich nicht mehr ihre Mäste bin. Können Sie nicht genauer, weil du sie nicht mehr Mäste bist? Es ist natürlich für Freunde, um zu hören, von uns zu hören. Ich habe das nicht gedacht, dass es eine Möglichkeit ist. Es ist lustig, was du manchmal missbrauchst. Es ist nicht so common zwischen Artistischen Typen, wie ich. Wenn die Lordships nur auf einer Astral-Energie bezeichnet, kann es auf lustige Ergebnisse führen führen. Aber auch so, du hast du als Lord sehr ernsthaft genommen, hast du? Natürlich. Ich habe gelernt, um meine Funktionen zu machen. Aber ich war weniger interessiert in Regeln, so wie zu vermeiden von Leben- und Todesfassungen. Natürlich, so eine Mentalität in der Ende führt nur zu schmerzenden Schmerzen und Todesfassungen, die in der anderen Seite stattfindet. Tiefere Bindung mit Doha-Lieb. So, ich habe aber immer noch das Gefühl, dass wir hier nicht hin sollen. Upsa, wollte eigentlich springen. Nope. Das ist noch nicht unser Weg, aber wir konnten hier campen. Das hat unsere HP aufgefüllt und wir konnten uns wieder ausrüsten ein bisschen und alles ist gut. Dann ist das für uns erstmal wieder den ganzen Weg runterlatschen. Wir müssen hier doch mal irgendwie hingucken. Okay. 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 Wir müssen bald auch wieder Fähigkeit gucken. Nein, du kannst aber auch den Zauber nicht weg, ne? Ich weiß gar nicht, ob das Schaden macht. Ich lass mich halt einfach nur fallen. Okay. 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 Ja, so fühle ich mich auch bei. Ja, so fühle ich mich. Oh, das ist so mysteriös. Ja, so fühle ich mich. 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 Hey, let's stop for a minute. Ja, so fühle ich mich. 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 Für mich, warum? Er ist schwer! Wer bist du? Du sagst, du schaust mich. Warum? Ein schönes, herzes Leben. Was denn? Das ist alles, was ich desire. Aber ich glaube, der verprügelt uns ganz hart. Ich glaube, der verprügelt uns ganz... Oh, der verprügelt uns ganz hart. Kann ich den überhaupt schaffen? Der verprügelt uns ganz, ganz böse irgendwie. Der hat ein ganz großes Problem mit mir, habe ich das Gefühl. Alter, der haut uns aber auch richtig aus dem Gemüse hier, der Typ. Ich treff den gar nicht. Treff ich den. Der höppelt einfach nur, der ist... Der ist voll das Gemüse, Hüppfi. Mein, die fertig, Alter. Du alteste Wurst-Gemüse. Der hat nur was gegen mich. Mama, der haut mich. Der haut mich. Alter, der haut aber auch. Au. Alter, Finne. Der prügelt uns aber windelweich. Drauf hat er es. Okay. Okay. Ich weiß es, dass du es auf den Wegstuhanden hast. Du sticks kannst. Oh, du weißt du nicht. Oh, du musst. Und du bist ... Gut bitte. Pflashband. V нев Schluchf Shitudi. Oh, du bist gewißen aus dem, Is that all that you've got? Very well, then die. Oh? A wretch like you? Open! Seahut! Till next time. Shion, wake up, please! Alphen? Shion! Thanks, but you're kind of crushing me. No, sorry. It's okay. And so am I. It's not as bad as it looks. Not bad? That's... Shion, we thought you were... I'm fine. Really. What the hell were you thinking? Well, you were trying to protect me, too, you know. Yeah, but I have the sword. It's different. It's not different. Besides, I... Hmm? Never mind. It's nothing. Anyway, thank you. But I didn't... Look, I'm just glad that you're... Alphen? Sorry, I... That guy said he'd be back. I think maybe we should get moving before he returns, right? Rinwell has a good point. We need to go. Shion, are you sure you're okay? Shion, are you sure you're okay? Yeah. I already applied some healing arts to it. It didn't even leave a scar. But his sword went nearly straight through you. I'm all right. Unless I've turned into some kind of ghost and I'm haunting you all right now. No, I know you're not. It's just... Look, I appreciate you looking out for me, but I'm fine. Really. There was also that strange light that appeared when Shion was stabbed. It seemed to make the enemy retreat when he saw it. Alphen, do you have any idea what it might have been? A light? I don't know. I was kind of preoccupied with other things at the time. Hmm. Now that I think of it, between that light and the blazing sword, Just what sort of person are you, Alphen? Can you use Danan astral arts like Rinwell perhaps? He wouldn't know, Dohalim. He doesn't have any memories from his past, remember? Besides, we should really be getting out of here. I suppose you're right. Forgive me. We've almost reached Niaz, the capital of Mahag-Sar. With any luck, we'll find a place there for Shion to rest. Alter, finde, hat er uns zusammengeschlagen. Alter, finde, hat er, der hat uns aber auch ganz böse zusammengeschlagen. Der war ganz böse. How are you holding up after that last fight? You're not too hurt, are you? I'm fine, really. See for yourself. If things get too tough out there, go ahead and fall back. I can take a beating if I need to. I'm not here just to stand around and have everyone protect me. I get that. But there's nothing wrong with admitting you have weaknesses too. Do I look like I'm just trying to put on a brave face to you? I can't feel pain. But you still can. Can't you? Look, I appreciate you trying to look out for me. But even you go down and fight from time to time. Please, stop trying to babysit me. It's getting old. It's not that. I just... Oh, der ist doch so verliebt. Oh, so unsagbar verliebt. Aua. Der hat Aua gemacht. Der hat ganz böse Aua gemacht. Ich möchte den nicht nochmal wiedersehen. Ich habe jetzt schon Angst, wenn wir irgendwann gegen den kämpfen müssen. Ich kann es jetzt schon kaum erwarten. Geil. Na gut. Jetzt mache ich aber erstmal Feierabend. Weil ich nämlich noch nicht weiß, wann wir streamen. Es kann sein, dass wir morgen schon streamen. Oder halt irgendwann... Oder gar kein Stream kommt. Deswegen, ich kann es noch nicht sagen. Deswegen mache ich jetzt lieber erstmal Feierabend. Weil, naja. Es kann sein, dass wir Donnerstag halt streamen. Weil Freitag... Ab Freitag werde ich wohl keine Zeit haben. Weil am Wochenende wieder andere Dinge... Hausbau und so einen ganzen Kram drinstecken. Oder Hausrenovierung oder wie auch immer. Das muss nämlich langsam fertig werden. In einem Monat müssen wir einziehen. Deswegen. Na gut. Ich verabschiede mich jetzt aber. Und, naja. Ich gehe jetzt ein bisschen weinen, weil wir so ganz böse zusammengeschlagen wurden. Und ich dachte ganz kurz, er töte Tootle. Und wir rasten deswegen aus oder so. Oder Winway rastet deswegen aus. Oder irgendwie sowas. Ich hatte Angst um Hoodl. Okay. War ganz schlimm. Okay. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und ciao. Tschüss.